Am Anfang hab ich dumm gespielt, weil wenn man dumm spielt, dann muss man sich weniger Arbeit machen. Ist ein richtig guter Punkt, den er da hat. Als er das gesagt hat, hab ich da auch drüber nachgedacht und dann wurde mir klar, ey, da hat Matteo einen Punkt. Wenn ich mich dran erinnere, wenn ich mit Matteo zusammengearbeitet hab, dann muss Matteo auch nie was machen. Das machen immer alles andere. Weil er, weil man immer auch den Eindruck hat, ja, dem kannst du halt auch nichts anvertrauen, so. Der macht das halt falsch. Und ich weiß ja, der ist so gut darin, sich dumm zu stellen, dass ich eigentlich weiß, dass Matteo schlau ist. Aber Matteo stellt sich so dumm, dass ich vergesse, dass der Typ eigentlich schlau ist. Also so Gamescom, die ganzen Starcraft-Dinger und so, egal was, man hat immer das so, Matteo brauchst halt nichts geben, das Ding ist im Arsch, so, wenn du da Matteo irgendwas anvertraust. Und dann sitzt du abends, nachdem das vorüber ist, sitzt du mit ihm so irgendwo und trinkst ein Bier und der erzählt dir irgendwie was über die physikalischen Grundlagen des Universums und hat eine tief philosophische Meinung dazu, wie Streamer sich in den nächsten Jahren zu einer Essenz des sozialen Miteinanders entwickeln könnten. Und mein Hirn ist so reingelegt von diesem Wiesel, dass ich nicht mal merke, dass da was nicht zusammenpasst. Dass dieser intellektuell durchaus fähige junge Mann auch in der Lage sein sollte, einen Termin zu planen. Es ist so schlau, wie dumm Matteo sich stellt manchmal.